Wachet auf, ihr Gesellen! Es glänzt der Tag! Hifthorn mit hellem Klang ruft zum Gejeit. Weidmannsheid. Jeder Wald hat seine Jäger. Die Jäger der Flächen haben Recht auf alles Wild, das bei ihnen herumläuft. Denn Wild ist herrenlos und darf geschossen werden, wo es vorkommt. Auch, wenn es der Bock aus dem Nachbarrevier ist. Hatte eigentlich zwei Stücken Rotwild erlegen müssen. Ja, aber die kamen zu schnell, ne? Ja, die kamen flotter, dann hatte ich leider eine kleine Blockade im Kopf. Geht? Geht. Ja, und was kam bei dir? Eine Sau. Und? Auch eine Blockade im Kopf. Auch eine Blockade im Kopf. Wenn man Rotwild zieht, das ist einfach ein Genuss. Aber wenn man daran denkt, was sie teilweise auf den Feldern für Fäden machen, also man sieht das mit einem Bein und einem Lachen in den Augen. Was hast du da für einen schönen Schlepperchen drin? Ich fühl's nicht. Das steckt immer meine Frau mir ein. Du kriegst es weiter hier und das ist deine. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Das ist echt gut. Hehehe